Ich stelle mir die Konversation zwischen Stani und seinen Eltern vor. Die armen Eltern ey, die tun mir echt leid. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Aber Kiste machen wir gemeinsam auch, ne? Ja, Hand in Hand am besten noch. Vorsicht Granaten. Ja. Bei mir? Ja, nackter Typ einfach. Wo ist er? Stark. Krass, wie du gegen die Bots auf einmal. Du sagst aber, ich spiele gegen Bots, ne? Ne, ne, der war grad krass. Da hab ich doch gesagt krass. Hey, ich hab dir grad wieder ein Kompliment gemacht. Ja, 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 ja. Ja, ich hab fünf Kills gemacht. Einer hat davon Essen sogar noch geklaut, Leute. Sechs. Hä? Oh. Bro, wieder bin ich. Ach, egal. Nein, scheiße. Lol, du bist down. Sag doch was. Ich bin down, ich bin down. Bro, ich wusste doch nicht, dass du down bist. Ich hol dich, klar. Nein, baue ich mich nicht. Aber wir sind ja grad in der Challenge, Digga. Hast die Challenge gewonnen, Digga. Okay, dann sag jetzt hier mal hintereinander, dass ich ein besserer bin. Deine komische Challenge hast du gewonnen, Digga. Jetzt belebe mich wieder. Ja, aber... Hast nicht gewonnen. Fünf Minuten Regeln. Ich belebe dich wieder, Digga. Sorry, ey, Bro, du musst doch sagen, dass ich wieder beleben soll. Ich dachte, du als Top-Pro-Player der europäischen Pro-Szene in Fortnite, ja? Guck mal, ich wusste... Ich wusste ja nicht, dass... Ey! Es fängt ganz harmlos an, aber dann, aber dann, sagte jeder in der ganzen Stadt... Guck mal, ey, das nüsst doch nicht, Leute. Nomm, 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 nomm. Alle hatten Vorsicht! Was schießt du da eigentlich die ganze Zeit? Ey! Billy-G... Bro, klau doch noch mehr Kills, Digga! Alter! Ohne Spaß, Digga! Ja, jetzt kommt wieder Staubsauger. Standardkrieg. Alter! Nein! Nein! Ja, ist klar! Ich werde zum Mut... Was passiert? Oh, nein, nein, nein! Was passiert? Ja, meine, meine, meine. Da oben, der Typ, der Typ hat gute Hits. Achtung, Radaten! Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, Radaten! Let's go! Oh! Einfach alles weg. Mahlzeit. Mahlzeit, Leute. Ich bin kein Wunder, warum er mich weggelasert hat. Mit so einer Waffe? Das Problem ist, mein Ufo steckt jetzt fest. Bro! Warum geht da nichts rein, Leute? Boah, wie schnell das ist. Gamechanger, Leute. Gamechanger. Real Talk, Gamechanger. Das Streamsniper oder warum schmeißen die mich hier zustande? Hä? Guck mal, was die mit mir machen, Digga. Ja, ich sehe das auch. Ich habe drei Schuss. Bro. Nee, so muss man echt einen Arzt holen. Hey, Bro. Komm, warum redest du mich denn jetzt schlecht? Ich bin doch der beste Spieler in dieses Team nicht. Bin ich nicht nicht. Ja, im heutigen Stream hast du mich haupts genommen. Oh, ich habe dich wie auch rechtlich wiederbleibt. Zweimal, ne? Boah. Zweimal hast du mich wiederbelebt in der aktuellen Challenge. Hast du gut gemacht, Dinger? Bro, aber ich habe dir letztens auch schon in der Challenge hochgenommen. Ja, dann hast du mich auch in der letzten Challenge hochgenommen. Gegner. Pew, 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 pew. Ich mache jetzt erstmal genüssig meine Kiste auf. Bro, Leute, ich kriege einfach einen nach dem anderen. Das juckt mich gar nicht. Es juckt mich real talk nicht. Wisst ihr, warum ich das mache? Weil ich es kann. Boom. Oh mein Gott, was ein Loot hier, Leute. Oh mein Gott. Was liegt da so schönes? Möchtest du dich gleich ein bisschen teilen? Oh, komm her, ich teile mit dir. Ich bin doch ein Ehrenmann, Bro. Ein König, so wie ich es bin, der teilt mit seinen Untertanen. Ich bin nämlich ein guter König. Guck mal, ich habe dich vor mir geheilt sogar, ne? Würde ich auch nochmal beweisen, so, Leute. Stellst du dich jetzt als Ehrenmann da, oder was? Nein, ich will mich jetzt nicht als Ehrenmann da stellen, aber ich bin halt einfach besser wie du. Wow. Weißt du, wo die anderen Gegner sind? Ich such dir jetzt das, Jun. Kannst du mir vielleicht sagen, wo die Gegner sind? Ich habe leider nicht so dieses Gespür dafür. Ja, es ist ja, dass du das grad nicht gespürst, das ist mir klar. Du musst einfach gucken, wo die Gegner sind. Es klingelt deine Mutter runter. Komm mal her. Der hat ihn echt wiederbelebt, Leute, das gibt's doch nicht. Guten Tag. Ich mach schon so. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach schon. Let's go, Leute! Nennt mich einfach den besten Spieler in Fortnite. So ein Ding ist das. Zwerg genannt. Guck mal, Leute. Wie oft ich eigentlich drauf finden muss. Bist der verreckt? Ist das nicht lächerlich? Ist das nicht lächerlich? Ich geh nochmal gleich den ganzen Loot holen. Was war das? Hm. Es ist nur noch einer am Leben, damit du Bescheid weißt. Schade, dass du ihn gekillt hast. Ja. 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 Ja.